Was gibt es Treffenderes für Weihnachten, als heute die 25 Euro Münze Christi Geburt von 2021 vorzustellen? Ich denke, die Münze hat dieses Jahr schon für viel Aufsehen gesorgt. Trotzdem möchte ich sie euch heute noch einmal vorstellen. Und ich habe mir das extra heute für Weihnachten aufgehoben. Die 25 Euro Münze Weihnachten Christi Geburt ist zwar bereits am 18. November erschienen, aber wie erwähnt, das wollte ich mir doch gern aufheben, um das Ganze an Weihnachten zu machen. Diese Münze ist die erste Münze in der Bundesrepublik Deutschland, die in Tellerprägung geprägt wird. Was beim Motiv sehr schön zur Geltung kommt. Maria und Josef mit Jesus auf dem Arm. Und man sieht, wie das Relief durch die Tellerprägung hervorkommt. Das erinnert fast ein wenig an die ersten DDR-Silbermünzen. Auch dort durch den weggelassenen Rand und die leichte Wölbung kommt das Motiv dort ähnlich schön zur Geltung. Ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Die Künstlerin der Münze ist Adelheid Fuss aus Potsdam. Und für die allgemeine moderne Münzgestaltung der Bundesrepublik finde ich diese Münze sehr gelungen, gefällt mir persönlich sehr gut. Ein paar Merkmale davon. Der Durchmesser beträgt 30 mm. Die Dicke der Münze im Vergleich zu einer 20-Euro-Münze ist höher. Sie passt aber trotzdem noch in eine Münzkapsel zum Beispiel von der Firma Leuchtturm rein. Also da keine Sorge. Das Gewicht beträgt 22 Gramm. Und geprägt ist die Münze in 999er Feinsilber. Was mich persönlich sehr freut. Geprägt wird sie nur in der Münzprägeanstalt in Hamburg. Hat also nur das Münzzeichen J. Und auch etwas bisher relativ Seltenes, wenn nicht sogar fast einmaliges, seit vielen Jahren, dass eine Gedenkmünze tatsächlich ohne Randschrift ausgegeben wird. Also die Münze hat einen ganz normalen glatten Rand. Insgesamt mein Eindruck von der Münze ist sehr positiv. Mir gefällt sie gut. Und ich freue mich auch auf die weiteren Ausgaben der Serie, die dann in den nächsten Jahren erscheinen werden. Dazu dann zu späterer Zeit mehr. Jetzt möchte ich gern noch etwas Persönliches loswerden an der Stelle. Erstmal wie in jedem Jahr ein großes Danke. Ein großes Danke für die vielen netten Kommentare, für den wirklich super Umgang auch untereinander. Auch wenn nicht immer regelmäßig Videos kamen, so hat es mich doch immer wieder gefreut, Videos zu erstellen. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so möglich sein wird. Mal sehen, was die nächste Zeit so bringt. Aber es ist zumindest erstmal der grobe Plan. Sehr viel länger möchte ich heute auch gar nicht stören. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage. Und ein Video wird dieses Jahr noch erscheinen. Alles weitere dann recht spontan. In diesem Sinne, vielen Dank und eine schöne Zeit. Tschüss.